hallo und herzlich willkommen es gibt auch von mir mal wieder ein kleines video ich weiß ich habe lange nichts mehr gemacht es ist einige zeit her aber heute sind wir wieder mal da aber mal nicht mit minecraft habe mir gedacht ich zeige jetzt mal ein bisschen was anderes und haben jetzt einfach mal don't stop angeschaut habe ich selber lange gespielt also diese version hier shipwreckt eigentlich nicht so lange aber ist eigentlich ganz interessant ich selbst wie gesagt haben nicht so viel erfahrung mit dem dlc sage ich jetzt mal genau das werde ich jetzt einfach mal kurz antesten und wenn es euch gefällt schreibt sie einfach in die kommentare dann werde ich da auch vielleicht länger mal was machen genau ja also ich hab's wie gesagt nicht so lange gespielt ist mal ein shipwreckt eins von eins nicht so wirklich lange ich kann den jetzt die lieben starten wir einfach mal ein neues wir machen das shipwreckt an den charakter ich glaube bleiben mal beim normalen charakter die welt lassen wir auch ganz normal und dann sage ich starten wir das ganze und das sind wir auch schon genau ja ist jetzt ein papagei wenn ich den koppel doch papagei der uns hier begrüßt nicht mehr der normale typ es kann ich mir wieder heißt so lange her dass ich das gespielt habe das ist echt eine halbe ewigkeit genau also man sieht schon hier müssen jetzt auf einer insel nicht mehr also man sieht es jetzt noch nicht und genau jetzt gehe ich hier mal schau mal genau hier sieht man es wir sind hier auf einer kompletten insel beziehungsweise ich erkläre jetzt glaube ich erstmal worum es in donsdorf eigentlich generell gehen weil ich weiß nicht ob jeder donsdorf kennt ist ein relativ bekanntes spiel ich glaube viele kennen es auch aber wie gesagt ich weiß nicht ob es jeder kennt ist eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen survival spielen ich will jetzt nicht sagen ähnlich wie minecraft man ist jetzt nicht und baut irgendwie diesen dinge auf also man kann schon was bauen sieht man ja hier das ok ich sollte hier nicht rausfahren mit der maus man sieht hier auf der seite ja tools kann man bauen schiffe schiffe sind übrigens neue und schiffe und chipwreckt die gibt es im normalen nicht und man kann sich halt traps bauen und so muss halt überleben also man hat hier eine hunger anzeige lebensanzeige gedankens anzeige so wie man verrückt man ist im endeffekt genau genau das ziel ist halt möglichst lange zu überleben sich ein bisschen eine kleine stadt sage ich mal aufzubauen das ist nicht wirklich eine stadt aber genau wird man halt hier möglichst lange überlebt wir haben jetzt gerade hier sind sticks wollte gerade sagen wir bräuchten noch ein paar sticks nur so anfangs werkzeug ist immer so dass man eine axt baut eine pickaxe pickaxe wie minecraft axt also ist hat züge von minecraft ist aber komplett ein anderes spiel genau wir werden jetzt hier mal erst mal ein paar palmen fällen wenn es nacht wird dann kommen die monster und dann brauchen wir ein lagerfeuer und dazu brauchen wir natürlich auch holz man sieht jetzt schon die zeit vergeht rechts oben hier bei der zeit sie man solange es gelb ist ist tag bei rot wird es dämmerung da sollte man schön schön langsam schauen dass man ein lagerfeuer bekommt eine fackel bekommt was auch immer damit man halt die nacht über überlebt und sobald es dann in das blaue reingeht wird es dann kritisch und dann kriegt man ein problem wenn man dann immer noch kein feuer hat dann stirbt man relativ schnell wir haben hier eine relativ große insel also ich habe das schon wie gesagt ein zweimal gespielt und da hatte ich immer eine viel kleinere insel aber das ist gar nicht schlecht hier können wir auch ein paar steine fahren und da haben wir auch schon den ersten gegner den lassen wir jetzt mal irgendwie hinter uns hoffe ich zumindest sonst er ist nicht ständig verfolgt und ich habe selbst wie gesagt schon lange nicht mehr gespielt also falls ich irgendwelche fehler machen also bitte verzeiht mir das wie gesagt ist lange her aber ich habe mir gedacht ich will jetzt mal ein bisschen was anderes zeigen wir jetzt generell versuchen ein paar mehr spiele zu zeigen auf dem kanal nicht immer nur minecraft 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 natürlich soll es immer noch minecraft geben momentan habe ich bloß eigentlich auch kein so ein richtiges projekt wo ich sage das würde mich jetzt interessieren das möchte ich machen von dem her würde ich jetzt einfach mal so ein paar spiele antesten schauen wie es euch gefällt und je nachdem dann eben die spiele weiterführen oder eben auch nicht genau was gibt es noch zu sagen zu don't stop man sieht hier schon man hat hier die bären unten beziehungsweise hier sind bären und das sind so limp pads keine ahnung was das genau ist das sind die teile vom stein und die kann man essen und man sieht hier auch schon die heiß sind jetzt noch grün umso länger man die in der tasche hat umso schlechter werden die und umso schlechter die natürlich sind und so wenig essen bringen sie oder vergiften einen sogar also vergiften weiß ich nicht ob sie können aber es sind halt dann schlecht für den organismus genau wir sollten uns mal eine pickaxe machen und vielleicht mal steine abformen also wir haben jetzt gott sei dank hier genug flint auf der insel also wo ich das erste mal gestartet bin war genau ein flint auf der insel und das natürlich dann schon ein bisschen bitter man kann sich da zwar eine achs bahn und überlebt so ein bisschen aber man kann sich halt keine pickaxe bauen weil man in der pickaxe zweifeln braucht für eine axt braucht man nur ein und das war dann ein bisschen gefährlich beziehungsweise ein bisschen schwierig überhaupt anzufangen ich hole mir jetzt hier noch ein paar ein paar holz ja ich hole mir ein paar holz alles klar deutsch lässt grüßen genau weil jetzt sieht man schon langsam schön jetzt geht schon langsam auf die dämmerung zu und dann wird es kritisch dann brauchen wir holz können uns hier ein lagerfeuer bauen aber mir auch alles dafür sollte kein problem sein ich hole noch ein bisschen mehr holz weil wir eventuell auch nachlegen müssen bzw jetzt am anfang noch nicht weil die nacht relativ kürze ist aber gibt es halt auch ich weiß gar nicht gibt es hier jahreszeiten also normalen der uns darauf gibt es jahreszeiten ob es jetzt hier gibt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau normalen uns darauf ist also wenn die winter ist oder so dann gibt es halt mehr nacht und weniger tag und dann wird es halt immer schwieriger mit erwachsenen zum beispiel auch keine bären mehr oder dass das zeug was man selber anbauen kann man kann hier so also beifeln glaube ich ist das drin oder nicht weil es ehrlich gesagt gerade nicht wo es ist wenn wir gibt es also biete und die kann man sich halt auch anbauen jetzt sollten wir nicht mehr hier reingehen weil jetzt die ganze schlange rauskommen und wir sollten einfach schön langsam mal irgendwie ja uns ein kleines lagerfeuer machen immer noch ein bisschen was mit essen haben wir ein bisschen würde irgendwas sagen wir platzieren uns hier ist mal ein lagerfeuer das geht geht so dann können wir hier nebenbei wenn wir am lagerfeuer stehen ich muss es echt ändern dass ich hier ja ich bin dämlich aber das war jetzt wieder so richtig intelligent ich habe nicht schon eine pickaxe ich muss mir natürlich noch eine bauen und alles klar was auch sonst was wollte ich jetzt eigentlich sagen genau ich wollte eigentlich noch ein paar grundsachen euch erzählen und zwar nehme ich habe ich ja früher mit dx story aufgenommen mache ich jetzt nicht mehr einfach der ja zum einen irgendwie dx story mit dx habe ich immer mit dem mit einem bestimmten codec aufgenommen und den morgen mein schnittprogramm wieder nicht dann habe ich da wieder übrigen tun müssen und deswegen nehme ich jetzt einfach mit 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 ob es also ob es studios auf und da funktioniert das eigentlich alles recht schön also hoffe ich zumindest wir werden sie jetzt dann sehen genau und deswegen ja hoffe ich mal dass das jetzt besser hin und dass das mal ein schnittprogramm danach mag sie mir das feuer wird immer kleiner und wenn man wieder nachlegen wird das feuer größer genau und ja ich hoffe man das hat hin und ich hoffe ihr habt noch interesse ich weiß ich war ewig nicht mehr daran ist es würde mich total freuen wenn immer noch welche von den alten leuten jetzt kommen sagen hey bis wieder da schön können wir wieder was schauen oder so mich total freuen natürlich möchte ich auch wieder neue leute dazu bekommen ich habe jetzt noch nicht so die riesen abos ich glaube irgendwo um die 200 oder so genau das wir jetzt einfach ein bisschen wieder versuchen noch ein bisschen rein zu kommen ich kann euch auch nicht versprechen dass es so regelmäßig videos geben wird ein problem ist einfach ich mache zurzeit die berufsoberschule das war es zumindest bei uns in bayern also ich hole mein abi quasi nach und das relativ stressig ich habe bin jetzt gerade in den ferien also habe jetzt gerade ein bisschen zeit mich darum zu kümmern wieder das alles einzurichten muss mein computer wieder neu einrichten darauf weil ich natürlich seitdem einen neuen computer habe falls euch da mal die komponenten oder so interessieren könnt ihr mir mal in die kommentare schreiben dann werde ich die mal verlinken genau und dementsprechend muss ich jetzt alles wieder herrichten muss ich alles von neuen anfang quasi und darum kann es auch sein dass die ersten videos mal nicht so qualitativ super toll werden aber ich versuche das natürlich alles wieder so ein bisschen hinzukriegen es ist hier wahrscheinlich auch relativ wenig gameplay relativ viel gelaber in dem video aber naja es hilft ja nicht irgendwie muss ich es euch ja erzählen so jetzt schauen wir mal dass wir ein bisschen weiter kommen also das erste war eigentlich mal so dass wir uns so ein kleines ja oft bauen also im floß dann werde ich jetzt noch mal her gehen und hier rechts klickt ja wir haben jetzt hier keine ausgewachsenen ist jetzt auch gerade mal egal werden noch ein bisschen holz form damit wir dann da loslegen können nehmen jetzt einfach ein bisschen mehr mit damit wir dann auch schlimmstenfalls uns wieder ein lagerfeuer machen können ist immer wichtig so was in der hinterhand zu haben gewachsen dass man immer ein lagerfeuer machen kann und ein tipp der wo ich schon gelernt habe diese rocks wenn es nicht unbedingt sein muss nicht abbauen weil da kommen immer wieder die limp pads kommen da immer wieder dran und da hat man dann so ein bisschen so eine unendliche nahrungswelle ist es jetzt nicht mega viel was man davon kriegt aber es ist zumindest eine grundversorgung und das relativ wichtigen dance darf dass man irgendwie so eine grundversorgung zustande bekommt eigentlich brauche ich noch gar kein floß was soll ich euch ja es wollte wahrscheinlich sehen wie das ganze so ein bisschen anders ist im ding darum werde ich jetzt einfach mal ein floß bauen ich werde wahrscheinlich wieder zu der insel zurückkommen weil die eigentlich schon relativ interessant aussieht genau eine sache die ich noch nicht so ganz verstanden habe also ihr könnt ihr mir vielleicht auch in die kommentare schreiben wenn ihr das wisst wie das funktioniert oder wo das funktioniert oder wie genau ich sag's euch gleich wenn ich es finde genau hier gibt zwei muscheln die kann man auch mitnehmen und wenn ich da eben rechts geht drauf mal sagte vielleicht kann man die ja verkaufen ich weiß nicht wo man die verkaufen sollte darum ja keine ahnung falls ihr das wisst gerne in die kommentare unten rein ich lese mir die auf jeden fall durch und ja genau sei aber jetzt haben wir mal das versprochene floß stellen wir einfach mal hier her hier sieht man jetzt die haltbarkeit also die große flöße floße keine mehrzahl von floß und hier haben auf jeden fall auch eine haltbarkeit hier das sind augen die kann man auch essen die haben auf jeden fall auch eine haltbarkeit und gehen mit der zeit wieder kaputt ich werde wahrscheinlich demnächst wenn ich selber weiter spiele wie es euch gefällt je nachdem wenn dann werde ich wahrscheinlich noch ein map mod reinbringen also ich mein mir geht nicht ich dachte man hat auf m m aber anscheinend ist das im normalen sonst auch nicht so und dann damit wir da eben ein bisschen übersicht haben weil sonst kennt man sich überhaupt nicht mehr aus ich weiß ja nicht ob wir bei dem spiel stand dann weiter spielt ich weiterspielen oder ob wir einen neuen spielstand anfangen je nachdem das will ich sagen entscheiden wir dann spontan wie wir das wollen genau so ein paar mods würde ich vielleicht drei spieler sind nicht werde jetzt total das gameplay verändern sondern nur diese und so ein bisschen hilfe leisten gerade zu den wellen wenn man dagegen fährt die ist haltbarkeit von dem schiff ab und dementsprechend sollte man das meiden man sieht jetzt schon hier ist wieder normales wasser nicht mehr so raues wasser das heißt hier ist schon wieder irgendwo eine insel in nähe auf die wo jetzt hoffentlich gleich landen werden ja ich hätte vielleicht ein bisschen mehr essen sollen hier sieht man es auch mit dem magen wieder gefüllt und normal habe ich auch noch so ein mod oben aber hier gibt es schweine ich glaube die sind aggressiv oder ist aggressiv okay die sind nicht aggressiv ganz genau genau ich hab mir auch noch immer so ein motto um der dann zeigt wie viel hunger das gibt wie viele herzen wie viel gehirn ich weiß nicht genau wie man das bezeichnen soll das gibt und seine heile ganz nützlich sehe ich jetzt auch nicht wirklich als cheaten an oder so ist halt einfach nur praktisch wenn man dann das ist was man gerade braucht wenn man jetzt zum beispiel sein brain wieder stärken will dann ist man glaube irgendwelche pilze gibt es die da gut helfen und dementsprechend ist man halt dann das und nicht die anderen sachen genau so jetzt haben wir essen ist das wichtigste im ganzen spiel genau weil wie gesagt das heißt ja auch don't stop also verhungere nicht schauen wir mal was können wir denn als nächstes machen sie könnten uns mal so ein bisschen ja können wir darauf an ob wir uns hier niederlassen wollen ja ganz wichtig wäre es halt irgendwie gold zu finden weil wir dadurch dann den erste designs machine machen können und mit der können wir dann wieder mehr rezepte machen und noch mal eine andere maschine mit der wir noch mal mehr rezepte machen können die zu finden gold zu finden ist hier bloß glaube ich relativ schwer dass ich habe bisher noch kein gold hier gefunden darum weiß ich nicht müssen wahrscheinlich ein paar inseln abklappern und das sind dann solche steine wer es nicht kennt ja sie ein bisschen anders sind länglicher glaube ich und da sind also gold adern drin in den stein und ja braucht man da halt für oder werden zumindest nicht schlecht wenn man die mal hat weil es jetzt schon wieder es wird schon wieder geht schon wieder den der nacht zu ich würde sagen wir bauen uns hier noch ein lagerfeuer wieder nur ein provisorisches und dann würde ich auch sagen was das erst mal mit der ersten folge wie gesagt ich hoffe also ich bedauke mich bei jedem der immer noch dabei ist immer noch sagt ja von dir was sehen riesen dankeschön und alle neuen die dazu kommen auch ein riesen dankeschön und ja wenn ihr lust auf downstorf habt dann schreibt es mir die kommentare dann werde ich das weiterspielen ansonsten werden jetzt ein paar spiele einfach immer wieder kommen ich sollte in lagerfeuer machen nicht zu viel labern ein paar spiele einfach immer wieder kommen paar verschiedene spiele damit man halt mal ein bisschen abwechselnd hat dann ein paar andere spiele mal sieht ich habe schon ein paar studios angefragt und dementsprechend habe ich da auch schon ein paar einwilligungen bekommen dass ich das jetzt plan darf und die werde ich dann eben ein bisschen das plane ja gut dann würde ich sagen warten wir noch kurz bis die nacht vorüber ist so dann falls wir hier weiterspielen nächsten tag dann am tag starten und pflanzen hier einfach noch ein paar bäume richtig sinnlos falls ich nie wieder auf die insel kommen war das jetzt richtig doof aber okay ich bin ja nicht ganz intelligent aber naja so wie sieht es aus nacht ist gleich vorbei ich werfe erstmal mein headset teil runter ok dann würde ich sagen was das jetzt vom ersten part wie gesagt schreibt in die kommentare ob ihr mehr lust drauf habt und dann sehen wir uns beim nächsten part wieder vielen dank bis dann